Willkommen zur nächsten Folge Medizinwissen in fünf Minuten. Das Thema heute N wie Neuroleptika. Neuroleptika. Ganz unter uns gesagt, das ist ein Mammutthema. Eine dreistündige Vorlesung nun in fünf Minuten. Ich blicke in die Augen meiner Kollegen und sehe Unbarmherzigkeit. Das heißt, ich gebe wieder alles. Fünf Minuten und die Zeit läuft. Neuroleptikum in der Mehrzahl Neuroleptika bedeutet übersetzt Nervendämpfungsmittel. Diese Bezeichnung wird zunehmend durch den Begriff Antipsychotikum ersetzt. Wie dieser Name verrät, sind diese Medikamente bei Störungen wirksam, bei denen es zu psychotischen Symptomen kommt. Das kann der Fall sein bei hirnorganischen Schäden, bei der Manie und insbesondere im Rahmen der Schizophrenie. Genau diese stellt auch die Hauptindikation für diese Medikamente, also für Neuroleptika oder Antipsychotika dar. Sodass wir in diesem Film nun auch die Therapie der Schizophrenie fokussieren wollen. Neuroleptika vermögen es nicht, eine Schizophrenie zu heilen. Sie schaffen vor allem eine Dämpfung. Sie schaffen eine emotionale Distanzierung des Patienten zu seiner Erlebniswelt. Und sie verstärken die Filter für die anflutenden Reize der Außenwelt. Drei Wirkeffekte werden vor allem beschrieben. Erstens eine Abschwächung der sogenannten Positivsymptome. Das sind Symptome mit einem pathologischen Überschuss, einem pathologischen Zuviel von etwas. Also das heißt Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Erregungszustände. Zweitens Negativsymptome werden leider erheblich weniger beeinflusst, aber eine Abschwächung wird natürlich auch hier angestrebt. Drittens einige Antipsychotika wirken auch sedierend. Kognitive Störungen, die typisch sind für die Schizophrenie, sprechen leider schlecht auf Antipsychotika an. Die Medikation erfolgt als Akutbehandlung oder auch als Rezidivprophylaxe, also als Langzeittherapie. Als solche macht sie nicht süchtig. Die Schizophrenie geht einher mit zahlreichen neurobiologischen Veränderungen. So auch Störungen in diversen Botenstoffsystemen. Hier in diesem Kontext wichtig vor allem die Störung des Dopaminsystems. Wir haben dopaminärgebahnen, die vom Mittelhirn, wo sie gebildet werden, also das Dopamin, zum limbischen System ziehen. Man spricht vom mesolimbischen System, was über Dopamin funktioniert. Und genau dieses System zeigt sich bei Schizophrenie stark überaktiv. Im Kontext der Psychosen ist vor allem es nun wichtig, diese Dopaminrezeptoren, die dort überaktiv sind, zu inhibieren. Hier ist vor allem der Typ-2-Rezeptor bedeutsam, weil es von ihm sehr viele im mesolimbischen System gibt. Das heißt also, ein Antipsychotikum, das besonders effizient diese Dopamin-Typ-2-Rezeptoren im mesolimbischen System blockiert, zeigt einen starken antipsychotischen Effekt. Doch Vorsicht! Diese D2-Rezeptoren für Dopamin finden sich auch in anderen Hirnbereichen, so zum Beispiel in den Basalganglien, die für die Motorik wichtig sind. Werden nun die Dopaminrezeptoren auch dort blockiert, dann führt das leider mit zunehmender Dosis des Neuroleptikums zu starken motorischen Störungen, starken Nebenwirkungen. Das kann über unphysiologische Bewegungsabläufe, den nennt man Dyskinesien, bis hin zu Parkinson-ähnlichen Störungsbildern sich zeigen. Da Neuroleptika auch diverse andere Botenstoffsysteme beeinflussen, können sich auch vegetative, hormonelle und kardiovaskuläre Störungen zeigen. Alles, was ich bisher beschrieben habe, gilt für Antipsychotika, die man sozusagen als klassische oder konventionelle oder typische Antipsychotika bezeichnet. Modernere Antipsychotika, man sagt der zweiten Generation, wirken anders, weshalb man sie atypische Neuroleptika nennt. Sie wirken auch über Dopaminrezeptoren, aber sie wirken anders verteilt und sie wirken auch stärker auf andere Botenstofffamilien. Ganz wichtig, diese atypischen Neuroleptika wirken weniger auf die D2-Rezeptoren in den Basalganglien, weshalb sie zumindest seltener diese motorischen Störungen verursachen. Auch zeigen diese Atypika über eine Beeinflussung von Serotoninrezeptoren bei Negativsymptomen eine bessere Wirksamkeit. Ich bin fast fertig, fast fertig. Als die Atypika auf den Markt kamen, setzte man große Hoffnung in sie und erhoffte sich eine nebenwirkungsärmere Therapie. Leider hat sich das nicht ganz bestätigt, da Atypika unter anderem zu starker Gewichtszugnahme führen und so zur Ausbildung eines metabolischen Syndroms beitragen. Also, angesichts der vielen Nebenwirkungen kommt der Frage nach der Auswahl, nach dem richtigen Antipsychotikum, der Dosierung und der Dauer der Einnahme große Bedeutung zu. Die Antworten auf diese Fragen fallen heute auch nicht mehr so eindeutig aus und werden zum Teil kontrovers diskutiert. Psychoedukative, psychotherapeutische und soziotherapeutische Konzepte möglichst früh angewandt, gewinnen in jüngerer Zeit wieder mehr an Bedeutung und zeigen, dass auch die biologische Psychiatrie immer noch auch eine soziale Psychiatrie sein muss. Alles Wichtige ist gesagt. Danke! Gerade an den atypischen Neuroleptika lässt sich sehr schön sehen, was lebendige Wissenschaft bedeutet. Die Gewissheiten von gestern werden heute wieder aufs Neue kritisch hinterfragt. Genau dieser kritischen Wissenschaft fühlen auch wir uns verpflichtet. Weitere Themen finden Sie hier. Wer vielleicht unseren Kanal abonnieren möchte, geht hier oben drauf und unten im Text finden Sie Hinweise zu unseren Online-Vorlesungen.